herzlich willkommen zu einem neuen video von heyday gameplay bewerten wir bewerten heute money's farm und er schon level 131 also ich bin gespannt was wir hier sehen und was er uns zeigt er schreibt vielleicht ist alles ein bisschen schnell ich hatte nur ein bisschen zeitdruck also er gibt uns keine frage mit er hat jetzt keine direkte frage was er bewertet haben möchte deswegen gucken wir es uns an und bewerten das was wir sehen wir sehen ja auf den ersten blick dass er uns die schiffstrangliste zeigt wo 91.000 schiffspunkte hat und auf platz 13 in der freundesliste ist zeigt er uns wohl auch die globale liste gucken wir mal eben kurz hier ich glaube nicht oder also 13 also 91.000 okay zeigt uns nicht ist jetzt nicht die welt aber ja darauf kommt es eigentlich nicht so an also er hat nicht so viele schiffe abgeschickt bis level 131 war eher so der lkw fokus aber ist ja auch nicht schlimm wir sehen ja auch er hat 5,8 millionen geld das heißt geldmangel ist nicht da er kann viel mit produkten hantieren er kann viel sachen vorbereiten viel einkaufen für xp also für produkte womit er xp generieren kann diamanten hat da keine also er scheint auf jeden fall kein echtgeld ins spiel zu stecken deswegen sind die 5,8 millionen level 131 noch mal viel viel stärkeres zeichen also heißt jetzt nicht dass er kein geld ausgibt nur weil er jetzt drei diamanten hat aber gehe ich mal von aus weil die leute die diamanten kaufen haben meistens immer einen puffer zumindest für tom also die haben nie unter 100 eigentlich so ist es bei mir zumindest ja also 5,8 millionen okay gucken wir weiter farm design werden wir jetzt nicht bewerten okay drei plätze hier bei den ködern das reicht eigentlich hier hat er zwei ja je nachdem wie aktiv man ist wie viel man braucht ne hier hat er 90 plätze reicht auch eigentlich easy obwohl bei den 90 plätzen je nachdem ne je nach also hat viele viele auf lager okay farm design technisch gucken wir uns heute ja nicht an wir gucken nur gameplay mäßig okay hat bei den schmelzöfen jeweils so zwei plätze ist relativ unwichtig weil bei den schmelzöfen halt das ding ist man hat fünf und die dauern halt lange und wie gerade auch schon bei den im angelbereich gesagt wenn man aktiv ist dann braucht man nicht viele produktionsplätze bei dingen die lange dauern im angelbereich dauert das nicht lange außerhalb die die wie heißt die seilerei die dauert länger die köderbank dauert jetzt nicht so lange ja gut je nachdem was man in der seilerei macht ne also fischernetze dauern lange hier enten fallen hummer fallen nicht aber bei der bei der normalen köder bank da da ist eigentlich schon wichtiger ein paar mehr plätze zu haben deswegen fand ich drei ein bisschen wenig ist aber okay wie gesagt wenn man aktiv ist macht das auch keinen großen unterschied und hier bei den schmelzöfen erst recht nicht weil wenn er zwei in jedem schmelzöfen hatte ja gut er hat jetzt nur zwei gezeigt aber ich gehe mal davon aus dass die anderen drei auch nur zwei plätze hat ist vollkommen ausreichend weil es dauert lange und deswegen vollkommen okay jetzt sehen wir aber hier scheuenplatz 3800 das ist finde ich echt wenig für das level und er hat sogar noch 500 plätze frei und es sieht nicht so aus ob er gerade erweitert hätte er setzte wenig bolzen aber der rest ist halt richtig hoch also er hat nicht gerade erweitert und er hat am meisten futter in der scheune aber das finde ich ja gerade richtig merkwürdig und die handbohrmaschinen landdruck 140 und er hat so viel platz also er hat ja gar keine produkte im moment also ich gehe davon aus dass er alles dafür gegeben hat level 131 zu werden und hat jetzt einfach keine produkte mehr in der scheune also das ist jetzt meine vermutung dass er das video nach dem xp event aufgenommen hat und jetzt einfach nichts mehr hat gucken wir mal weiter aber wie gesagt 3800 ist echt wenig also 130 sollte man schon mindestens 5000 haben in der scheune mindestens weil das ja braucht man halt einfach hier gucken wir mal weiter er hat auch farbeimer er hat viele stadt sachen er hat viel viel unnötiges zeug eigentlich hier in der scheune ja ich vermute echt dass es das kurz nach dem level up war hier das video ganz viel weizen er macht also weizenfarm vollkommen okay wenig tomaten das wird immer kritisch sein weil die findet man nicht so oft in der zeit und wenig paprika wenig kartoffeln oder kartoffeln sind auch mies braucht man immer oft für kartoffelsuppe ok bei der warte war bei der donut maschine ist doch mal kurz hier bei den faun bei der donut maschine hat er nur zwei plätze gehabt das ist echt wenig weil donuts gehen sehr schnell da würde ich dir empfehlen wenn du diamanten hast da ein bisschen aufzugreifen weil dünner ja moin dünner donuts sind gut donuts sind gut du will hier auch nur zwei plätze auch kein ding geht schnell hier so wie was in der molkerei so wenig da muss aber auch maximum haben was machst du mit den ganzen diamanten wo sind die ganzen diamanten hingegangen okay nudelmaschine ja könnte auch mehr sein weil da alles schnell geht aber ist jetzt nicht kein welt noch backofen auch so wenig was macht er denn also backofen molkerei und zuckermühle jetzt bin ich gleich mal auf die zuckermühle geschmeckt süßigkeit automata dafür fünf als süßigkeit automata hätte ich dafür echt weniger geschätzt fritteuse marmelade auch fünf da hätten auch viel gereicht aber ja gut fünf ist jetzt auch kein saftpresse fünf bei den ganzen häusern die man eigentlich wo man viele haben müsste so wenig plätze na gut er gibt auch kein echt geld aus muss man dazu sagen aber trotzdem er was ist mit den diamanten passiert ort zu kamelde 2 und 5 in der 1 2 an alter mike was mike money meine ich money was machst du mit den hast du mit den diamanten gemacht also dass das wird mir jetzt echt mal interessieren wo sind die diamanten hin scheiße vier bienenwachs hat er drin er geht sogar auf bienenwachs produktion popcorn top auch so wenig soße mache auch nur fünf also ich glaube er hat echt viele diamanten ins beschleunigen reingesteckt oder hat er mit diamanten wird viel grill auch fünf also er hat fast in allen produktionsgebäuden fünf also da wenn du das nächste mal wieder diamanten verdient hast mach auf jeden fall produktionsplätze frei molkerei zu kamelde bäckerei sehr wichtig aber auch da ne er ist wahrscheinlich einfach nur richtig aktiv dass er die dafür nicht gebraucht hat weil wie gesagt er hat ja auch in der im angelbereich wenig plätze hatte in der schmelzofen wenig plätze okay haupthaus hat er hier auf 4 eine war bei persönlicher zug vier leute sechs stunden bisschen niedrig bisschen komisch schnell so viele ärzte und hat das nicht verbessert was erwartet hier hat er jetzt auch nicht so viele es scheint nicht so oft puzzle teile zu spielen ne bisschen verwunderlich die anderen gebäude zeigt uns leider nicht hätte mich jetzt auch mal interessiert wie ja wie hoch die pension und so ist ok leute kann er nicht holen schlechter vorführeffekt aber egal ja gut der farmpass hatte den gekauft zurückspulen zurückspulen und er am ende er hat er nicht gekauft okay er ist ein free to play spieler durch und durch ja das war's fürs video also feedback mäßig kann ich sagen echt wo hast du die diamanten reingesteckt das würde mich echt mal interessieren wahrscheinlich echt ins beschleunigen oder noch schlechtererweise vielleicht sogar ins scheune oder silo erweitern das kannst du mal gerne unter das video schreiben würde mich auf jeden fall interessieren du solltest wenn du das nächste mal wieder diamanten verdienst definitiv in die produktionsplätze stecken weil das ist ein langfristiger vorteil den dir keiner mehr nehmen kann und du brauchst die halt auch einfach weil egal wie aktiv du bist du wirst phasen haben wo du einfach nicht so aktiv bist und wenn du dann viele produktionsplätze hast ist es einfach besser dann zu produzieren weil dann hast du wieder mehr möglichkeiten einfach scheuen mäßig kann ich dir sagen silo haben wir jetzt leider nicht gesehen hätte mich auch mal interessiert wie groß das ist auf jeden fall erweitern also da musst du echt mal jetzt gas geben farmen obwohl du weizen farmen machst ist die scheune echt niedrig für das level silo also silo haben wir doch gesehen lol silo haben wir doch gesehen silo mäßig musst jetzt nicht unbedingt erweitern das reicht ja also was heißt es reicht also müsste eigentlich immer mit scheune mitgezogen werden aber wenn du die scheune immer mehr erweitern kannst als silo ist trotz der geringen scheuen größe kannst du echt gut auf xp spielen ich weiß nicht ob du noch irgendwie andere farmen hast oder nicht ja dass das auf jeden fall ein ziel sein sollte auf xp zu spielen das ziel sollte sein definitiv auch häufiger mass derby zu spielen neue reservat ihre zu holen die stadtgröße weiß ich jetzt gerade nicht und ja definitiv produktionsplätze scheuen erweiterung und im angelbereich ja wenn wir mit sich alle fischerplätze sind weiß ich ob du alle freigeschaltet hast aber ich gehe mal davon aus musst du nicht unbedingt plätze erweitern lieber dann bei den normalen gebäuden und ja events ausnutzen derby spielen um die nötigen sachen zu bekommen das ist deine gameplay bewertung ich gebe dir für dein deine farm und dein gameplay also trotz dessen dass du die diamanten so falsch investiert hast und die scheune echt so niedrig ist gebe ich dir trotzdem für deine farm eine 5 von 10 würde ich sogar geben weil du hast echt viel geld angesammelt du hast gut gelevelt du hast die scheune echt gut im griff trotz des trotz des trotz der niedrigen größe scheint sehr aktiv zu sein weil sonst würdest du nicht so gut vorwärts kommen und ja deswegen würde ich dir eine 5 von 10 geben für das gameplay ja das war's fürs video wenn ihr auch dabei sein wollt dann checkt mal den link in der video beschreibung ab da ist so ein dokument so ein ja so ein formular drin wo ihr draufklicken müsst müsst für sachen angeben video rein tackern und dann seid ihr auch in der zukünftigen folge von gameplay bewerten dabei ja ich bedanke mich fürs zu sehen wenn es euch gefallen hat das gerne daumen nach oben aber da würde mich sehr freuen wenn ihr mehr davon sehen wollten und es euch gefallen hat ja denkt an den creator code danke fürs zu sehen wünsche euch schönen tag haut rein und ciao ja we